Oh mein Gott, ich kann gerade gar nichts mehr realisieren. Ich bin einfach jetzt in New York angekommen. Das ist so vielleicht eine Stunde von New York entfernt. Und ich habe halt zwölf Stunden Aufenthalt hier. Und ich habe ja auch erst gestern erfahren überhaupt, dass ich jetzt hier fliege. Und jetzt gehe ich einfach so ganz spontan nach New York. Das ist so krass. Ich habe mir jetzt ein Zugticket geholt. Und der Zugticket, glaube ich, so 45 Minuten, also eigentlich nicht so lang. Und ja, ich habe jetzt einfach einen Tag noch in New York. Das ist so krass. Also jetzt ist halt 8 Uhr morgens. Komme ich wahrscheinlich so gegen 9 Uhr an. Und dann werde ich gegen 4 Uhr wahrscheinlich wieder zurück, damit ich halt genug Zeit habe und so. Werte ich mir einplanen. Oh, ich habe was gesehen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Ich habe mich sehr. Entirdi mich sehr. Beide ich mich sehr. tittar. Musik Oh mein Gott, ich kann einfach nicht glauben, dass ich gerade durch den Central Park laufe. Es ist so schön. Und es ist einfach alles so leer. Es ist so krass. Und es ist so die perfekte Jahreszeit. Es wird jetzt langsam Frühling und diese Farben von den Bäumen sind so unglaublich schön. Hier ist die Gossip Girl Szene mit dem Schlittschuhfahren. Oh mein Gott. Musik 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 Untertitelung. BR 2018